Wenn du Daten zwischen Excel und SQL Server austauschen möchtest, stehen dir zwei Methoden zur Verfügung. Die erste ist der Export- und Importassistent, der dich durch den Prozess Schritt für Schritt hilft, die Daten zu laden oder zu exportieren. Diese Methode ist sehr benutzerfreundlich und erfordert keine Programmierkenntnisse. Und das sehen wir uns nun anhand eines praktischen Beispiels näher an. Zunächst sehen wir uns die Excel-Datei näher an, die wir in den SQL Server importieren möchten. Dazu öffne ich diese und wie wir sehen, besteht diese Excel-Datei aus mehreren Spalten und etwas an Dateninhalt. Und genau diese Daten in dem Arbeitsblatt Transaktionen möchte ich nun in den SQL Server importieren. Und dazu bedienen wir uns den Importassistenten vom SQL Server. Dazu wechsle ich nun in den SQL Server zurück. Und hier in diesem SQL Server kann ich dann nun entscheiden, in welche Datenbank ich nun diesen Importassistenten ausführen möchte. In meinem Fall möchte ich die Datei in diese AdventureWorks Datenbank importieren und führe dazu einen Rechtsklick aus. Und darin gibt es nun die Kategorie Tasks und im unteren Bereich findet man Import Data. Nun selektiere ich diese Option und gelange in den Assistenten. Nun mit diesem Assistenten werde ich nun für das Importieren dieser Datei Schritt für Schritt durchgeführt. Als ersten Schritt muss ich die Datenquelle selektieren. Dazu selektieren wir hier in der Datenquelle aus diesen zahlreichen Daten, unterschiedlichen Datenquellen, die Option Microsoft Excel. Anschließend gebe ich nun den Pfad an von meiner Datei, und zwar diesen hier, und kann dort noch die Datei entsprechend selektieren. Es kann sein, dass deine Excel-Datei in einer neueren Version abgespeichert worden ist, dann gegebenenfalls hier unter den Microsoft Excel-Versionen entsprechend auswählen. Zu guter Letzt gibt es noch die Option, anzumerken, dass die erste Zeile Spalten beinhaltet, bzw. keine Spalten, sondern Überschriften beinhaltet. Ich klicke auf Weiter und gebe nun das Ziel an. Dazu selektieren wir wiederum unseren SQL Server Native Client und haben dort bereits die Datenbank vorselektiert. Wenn ich das nicht möchte, so kann ich diese einfach hier auswählen, oder auch hier bei der Authentifizierung kann es sein, dass ich nur einen SQL Server Benutzer habe, dann würde ich hier diesen in diese Formular ausfüllen. Ich gehe auf Weiter und habe nun die Option, die Daten 1 Science zu kopieren aus der Datei oder über eine Abfrage in die SQL Server zu übernehmen. In meinem Fall möchte ich die Daten 1 Science kopieren und wähle auf Weiter. Nun kann ich das entsprechende Arbeitsblatt in unserer Excel-Datei selektieren. Das war das zweite Arbeitsblatt, Transaktionen, und kann dort auch noch eine Vorschau aktivieren und sehe dort entsprechend in der ersten Zeile die Überschriften und dann der Dateninhalt. Ich kann auch hier bereits eine Zuordnung definieren, und zwar von den unterschiedlichen Datentypen. Diese sind hier teilweise willkürlich angegeben. Ich werde nun für dieses Beispiel diese beibehalten und kann auch dort noch, wenn man eine Feineinstellung machen möchte, kann ich auch sozusagen bei mehrfachem Datenimport die Tabelle auch einfach löschen und wieder neu erstellen. Oder auch einen Auto-Zähler aktivieren mit Enable Identity Insert. Ich wähle nur Create Tabelle und klicke auf OK, gehe auf Weiter und kann nun sozusagen das Paket ausführen. Klicke auf Finish. Und wie wir sehen, wurden neun Datensätze übertragen in den SQL Server. Nun möchten wir uns das auch im Detail ansehen. Ich klicke hier Aktualisieren der einzelnen Tabellen und es sollte nun eine Transaktionens-Tabelle vorhanden sein, wie hier. Und einen Rechtsklick auf Zeige mir die ersten tausend Datensätze ergeben, dass ich nun entsprechend den Dateninhalt dieser Excel-Datei im SQL Server vorhanden habe. Wie ihr seht, das war unter fünf Minuten sozusagen, wie ihr die Daten in den SQL Server bekommt. Nun sehen wir uns an, wie du diese Daten auch wieder den Weg zurück in die Excel-Datei exportieren kannst. Dazu gibt es nun zwei Möglichkeiten, wie du das durchführen kannst. Und zwar gibt es auch hier für dieses Exportieren dieser Tabelle auch einen Assistenten. Und zwar kann ich hier wiederum mit Rechtsklick auf die Datenbank, Tasks und hier auf Export Data und kann hier entsprechend wieder die Datenquelle angeben, das Datenziel und so meine Daten exportieren. Das ist Methode 1 mit dem Assistenten. Die zweite Methode ist über die SQL-Abfrage und zwar, wie wir hier sehen, habe ich bereits eine SQL-Abfrage hier. Ich kann aber auch eine andere ausführen bzw. ich kann hier auch eine Einschränkung nehmen, wenn ich zum Beispiel nur eine bestimmte Selektion der Tabelle übernehmen möchte oder exportieren möchte. Beispielsweise nur, wo die Country-ID gleich 1 ist, möchte ich diese Datensätze in eine Excel-Datei exportieren. Wie mache ich das? Und zwar, indem ich hier in diesem Ergebnisfenster im linken oberen Bereich klicke und dadurch eine Gesamtselektion bekomme und kann dann mit einem Rechtsklick auf Copy oder Copy with Headers, damit ich auch die Überschriften mitselektieren kann, kann ich diese sozusagen in den Zwischenspeicher legen und dann in eine Excel-Datei oder ich mache es mit Save Results As und kann dort meine Datei, zum Beispiel Transaktionen als CSV-Datei abspeichern. Wenn ich diese Datei öffne, erhalte ich nun entsprechend das Ergebnis für diese bestimmte Selektion und wie vorhin erwähnt, kann ich aber auch aus dem Zwischenspeicher die Ergebnisse mit Überschriften in eine Excel-Datei übertragen. Und zwar hier einfach dann mit STRG V und erhalte nun entsprechend auch hier das Ergebnis von der SQL-Tabelle. Insgesamt gibt es also zwei Wege, um Daten zwischen Excel und SQL-Server auszutauschen. Der Export- und Import-Assistent ist schnell und einfach, während SQL-Abfang mehr Kontrolle und Präzision bieten. Ich habe dazu diese Vorgehensweise auch in einer PDF-Datei unter diesem Video verlinkt. Das ist gratis zum Download und hilft dir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du nachsehen musst, wie der Datenexport oder Import funktioniert. Und bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Natürlich freue ich mich auch, wenn du im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.